Willkommen beim Detektor, ein hochmodernes Werkzeug in unserem Arsenal zur Sicherung der Authentizität. Dieser Detektor misst die einzigartige elektrische Signatur einer Komponente und unterscheidet schnell zwischen als gut bekannten Komponenten und Verdächtigen. Hierfür montiert der Experte ein Vergleichsteil in den Detektor. Die elektrischen Kurven der einzelnen Pins werden mithilfe der Software als Referenz gemessen. Anschließend wird das Vergleichsteil entnommen und das zu untersuchende Bauteil wird an derselben Stelle befestigt. Über die Software werden die elektrischen Kurven des zu untersuchenden Bauteils mit denen des Vergleichsteils verglichen. Stimmen die Kurven überein, ist der Test bestanden. In der Effizienz dieses Prozesses zeigt sich einmal mehr unser Streben nach exzellenter Qualität. Chip One – Qualitätskontrolle, auf die Sie sich verlassen können.